Ich bin sehr aufgeregt zu verkünden, dass Megan und ich heute Morgen einen Jungen bekommen haben. Einen sehr gesunden Jungen. Mutter und Kind geht es unglaublich gut. Es war die unglaublichste Erfahrung, die ich mir vorstellen konnte. Wie die Frauen das leisten, was sie tun, geht über den Verstand. Wir beide sind absolut begeistert und sehr dankbar für die ganze Unterstützung da draußen. Das war unglaublich. Ich wollte, dass das alle wissen. Wir denken noch über den Namen nach. Das Baby ist ein wenig über der Zeit. Deshalb hatten wir ein wenig Zeit nachzudenken. Ich denke, wir werden euch vielleicht in zwei Tagen wiedersehen. Dann als Familie, damit man das Baby sehen kann.